Hallo zusammen, ihr dürft heute mit eurer Familie einen schönen Fitness-Spaziergang machen. Wenn ihr dabei eines der folgenden Dinge draußen seht, müsst ihr dazu jedes Mal die dazugehörige Fitness-Übung machen. Ihr seht hier einmal die Übersicht, und zwar zum Beispiel, wenn ihr einen Hund seht, müsst ihr einmal 10 Hampelmänner zusammen machen. Seht ihr eine Laterne, müsst ihr einmal 5 Strecksprünge machen. Seht ihr eine Bank, müsst ihr Liegestütz an der Bank machen. Seht ihr einmal ein rotes Auto, wird 10 Mal auf einem Bein gesprungen. Seht ihr einmal einen Vogel, müsst ihr 5 Mal mit beiden Händen gegenseitig einklatschen und eine Körperdrehung machen. Und immer wenn ihr einen Menschen seht, müsst ihr mit dem Popo zusammenstoßen. Das könnt ihr gerne mit euren Eltern machen. Wir freuen uns einmal auf eure Videos und wir wünschen euch weiterhin noch schöne Feiertage. Und habt einen tollen Übergang und bis zum nächsten Mal. Tschüss!